so freunde willkommen zum letzten tag des bonus booster turniers alle boni fügen angriffsmultiplikator hinzu 5 sterne und lila ist gesperrt wenn wir jetzt 5 0 gehen sollten dann wäre ich sogar noch einigermaßen zufrieden mit der offensiven leistung ja dann wäre es natürlich ärgerlich dass wir uns einkaufen mussten am liebsten wäre es mir vierte niederlage mit dem letzten angriff am letzten tag damit kann ich dann leben keinen einkauf und so weiter kein offener angriff und wir mussten uns halt relativ früh schon einkaufen aber seitdem läuft es eigentlich ganz passabel würde ich jetzt mal sagen wann haben wir uns eingekauft wir waren jetzt 1 2 3 4 5 genau ja gut wir mussten uns am dritten tag einkaufen das ist okay naja es könnte natürlich besser sein aber machst du nix ist also bei fünf sterne ist halt sowieso immer das problem geht auch ratzfatz ich versuche auch wieder komplett unbefangen an dieses spiel heute ranzugehen ja aber aufgrund meiner erfahrung kann es sein wenn es zu bestimmten situationen kommt dass es dann wieder aufbrausend wird aber ich versuche ich versuche heute mich nicht aufzuregen habe ich schon den pvp wieder gemacht ja das harry potter okay harry potter ja ja sie hat mit ihm also er hat so hat er mich nicht angegriffen ne aber er hat ihm gelimit bricht was zum teufel okay das ist eine defensivität eigentlich gar nicht mal so gut ne also ich schon wieder ein bisschen beleidigt dass der mich angegriffen hat dass der mich besiegt hat waren witzigsten sachen gibt es hier 42 ja ich denke mal wir werden nicht ich hoffe wir fallen nicht auf die runter wenn wir bei c bleiben ist okay in der regel habe ich eigentlich mit einem d oder mit mir sogar gerechnet weil ich halt nicht die coolen helden habe ist halt leider so mag für viele verstörend sein aber die die richtig geilen jove anne ogima jekun you name it hurricane gut aramis habe ich dann aber sind viele die ich halt nicht habe hier halt extrem gut sind mal gucken wir mal raptor alle doppelt gelimit bricht okay keine vollen truppen alle auf 20 das ist sehr schön das ist so so mögen wir das kommen alles auf 20 20 ist glaube ich so seine lieblingszahl aber sollte vom prinzip her nicht so schwierig sein und er hat eine schöne platzierung was zum teufel ja ja genau einen schönen rang ja ne warte mal turnier rang hier ja weiß was ich meine ich komme jetzt nicht drauf hier punkte 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 meine ich er hat schöne punkte eigentlich muss ich jemanden mitten in der miniens kaputt macht wenn das nämlich so sein sollte das eigentlich finde ich grün habe dann kommen gar nicht so viele minions eigentlich muss ich aber ich irgendwas was schönes gar schlechten grimmel mitnehmen könnte ich machen aber fühle ich mich nicht so wohl weißt du was ich glaube ich spiele mit gelb und nehme eine topas vorsichtshalber mal mit und was nehmen wir jetzt hier für einen heiler mit ich habe keine geilen gelben heiler das ist ein kleines problem 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 ich kann keinen langsamen heiler mitnehmen das ist auch ein bisschen doof das geht das geht wieder nicht gut ich ahne wieder böses vielleicht nehme eine vivika mit ne ne die ist mir zu langsam das will ich eine siff nehmen ist keine heilerin das kann ich vergessen dann spiele ich so 3 1 1 let's go so du bist nur da um minions kaputt zu machen ne merkt ihr das topas du machst nur minions kaputt let's go 3 1 1 für den sieg das kommt wieder licht rein von der seite ne also nicht wundern äh passiert sowas so wir haben hier 3 wir können aber auch hier die lilanen spielen dann kriegen wir auch 3 na der geht dann hier oben zu ich könnte die aber auch in pengi schießen ne mach ich aber nicht das heißt ich mach vielleicht doch erstmal die gelben um zu gucken wir haben hier auch ne ich mach erstmal gelb aber das mal noch hier ah aha ich kriege ihn weg komm sehr gut so äh du bist ihr seid mir eigentlich ein Dorn im Auge wenn ich ganz ehrlich bin weil ich hab hier auch grün drunter das heißt die seite müsste ich eigentlich wegkriegen so perfekt okidoki so wir ähm clean mal eben einmal gibt's gibt's ein bisschen mana oh es gibt tatsächlich mana ok so wir machen das ruhig so pengi kann einmal auslösen das da war ja können auch die elna da haben ok 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 und topaz wird finischen pünktlich dazu dass Mutter Nord auslöst so so raptor da hat dir dein Weg der riesen upgrade auch nicht geholfen ja let's go weiter geht's das allen hier wahre helden oh sorry was ist das wahre helden ok mit anna lila können wir nicht nehmen das heißt wir spielen mit wir können rot spielen oh ja wir spielen rot das können wir machen rot und blau ja mit Krampus und Milena das passt doch oder wir spielen mit grün oh weil Krampus äh Minions die spielen mit zwei grün und da weiß ich schon wen ich nehme dann nehme ich mal dich mit und ich nehme dich mit so und dann spielen wir noch rot und dann nehmen wir dich dich und dich mit und dann habe ich ein wunderschönes Team du kriegst jetzt auch noch die aber eigentlich könntest du ah ne ich gebe ihr die Truppe passt schon support 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 alles support ja bin gespannt gucken wir mal einfach nur ein bisschen rot das ist schön einigermaßen ja gucken wir mal ich will erstmal die spielen das ist schon viel das wollte ich gar nicht das war überhaupt nicht der Plan wirklich nicht wirklich nicht ok oh Kestrel wird rausgeschallert noh na nicht Glück gehabt aber sie was zum Teufel ist mit ihr passiert es sah so aus als wäre sie zum Schluss angegriffen worden Finlay muss raus weil Finlay auf alle geht ähm Kestrel nein 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 oh gut na gut na gut wenn keiner der anderen Gegner einen Boni hat zielt er auf einen zufälligen Gegner er hatte jetzt keinen Bonus aber dann steht doch hier wenn das Ziel Boni hat und getroffen wird greift es einen greift es einen anderen Gegner mit Boni an wenn keiner der anderen Gegner Boni hat die hatten doch alle Boni aber er hatte doch auch von ihr oder nicht oder wurden die ne egal ich stell's einfach nicht in Frage ist alles richtig gelaufen machen wir da keinen keine Gedanken drum so zack ich hoffe er stirbt jetzt sehr gut perfekt dann gucken wir mal dass wir hier vielleicht irgendwie noch oh jetzt erstmal nochmal grün ja genau so so halbe nochmal machen wir das mit ihr und jetzt hier den roten Stein ach das wollte ich eigentlich nicht unbedingt aber ist noch gut gegangen boah jetzt kam gerade eine kalte Welle rüber hier aus dem Fenster was zum Teufel ah richtig richtig fresh auf einmal so vorer wat oh das wird gut oh okay level 120 bei dem Weg der tapferkeit avatar okidoki blau nehmen blau mit drei blaue die beiden grün bleiben drei blaue du du und du das sollte doch hinhauen komm auf geht's water pipe ja water pipe wird nervig aber mal gucken so ok ich werde die lilanen hier wahrscheinlich spielen um mir die grünen hier alle mal ein bisschen nach oben zu holen ok gar nicht mal so schlecht jetzt könnte ich hier die grünen machen dann würde ich mir hier ein blaues match machen natürlich auch hier lila spielen oder weißt du was ich mach erstmal nur die lilanen und guck mal was hier so alles hochkommt jetzt haben wir nämlich einen grünen diamanten das ist auch schön machen wir das so ist ok ist ok ich kann es clean ich hab ein def ab das wird schon so 21 leben hast du ah ist ok ist ok ist ok so aha da war der evade so wir machen dich auch an melena hebe ich mir jetzt auf brauche ich jetzt im moment nicht so das sind hier hitter die müssen jetzt mal weg er droppt er droppt ein auf eins von zillimene jetzt pass auf der der richtig damage macht auf eins na doch nicht das wärs gewesen so hast du gesehen doppelter mana boost hier da ist sie auf einmal wieder am start die hier also ich werde als nächstes das kann ich schon mal sagen meine nächste große beschwörung geht auf die ninjas seien die Budget für den nächsten Zeit nur auf Ninjas fokussieren. Und dann ist mir egal. Dann spiele ich von mir aus in 6 Teams Oni, Wakamaru und Mioni. Ist mir egal. Dann spiele ich auch 3-1-1 von mir aus. Wenn ich diese Leute so oft haben sollte, irgendwann mal, wird nicht passieren. Ja, ich rede nur jetzt völlig im Konjunktiv. Dann würde ich die auch alle spielen. Also wenn ich 3-mal oder 4-mal den Spott-Ninja kriege, ich würde die alle leveln. Ich würde mir dafür die Fernrohre kaufen. Ich würde alles machen. Ich würde nur noch mit dem spielen. 4 Teams mit ihm und dann mit ihr. Also Mioni. Ja. Ich würde 2 Teams mit Doppel-Ambitist spielen. Mehr ist scheißegal. Freiheit für alle so ungefähr. Das ja. Ja, die Ninjas, die sind... Ich würde da noch mehrere Rubies glaube ich leveln. Würde ich auch machen. Ich habe ja schon 2 Kobolds und 2 Topas. Das würde ich alles wieder einbauen. Ich würde dann komplett richtig am Teller drehen, glaube ich. Achso. Keine Panik. Aber am Teller drehen, ich meine, dass ich dann wirklich nur noch Ninjas level. Und wenn der eine fertig ist, kommt der nächste. Also ich glaube, da wird das Budget hinfließen. So, hier ist das Budget zu blau geflossen. Und deswegen fließt uns das jetzt hier in grün. Nehmen wir wieder unser 3er 3er Angreifer hier. Zack. 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 Und zack. So. Du tausch da. Du tausch da. Ja. So. Okay. Ich weiß hier Teferis hier. Aber das können wir ja dispellen. Das ist ja schön. Also, selbst wenn sie auslöst, dann können wir das wegmachen und dann gucken wir einfach mal. Jo. Spotter, falls Kulavo auslöst. Wir können das clean. Okay. Boah, die Entfernung. Ja, müssen wir ein bisschen gucken. Aber das wird schon. Ich sehe jetzt gleich schon meine grünen Matches. Ja. Da sind sie doch. Nicht so geil. Aber grün ist da. So. Wenn wir. Ich würde tatsächlich gucken, dass wir hier halt dieses ja warte mal ja natürlich auch hier das blaue Match machen. Dann rutscht der grüne hier hin. Könnte ich hier schon mal ein grünes Match machen. Also ich brauche ja einmal 4 und einmal 3. Die Überlegung ist aber hier einfach dieses blaue Match zu machen und zu gucken, was hier alles passiert. Es sind 3 Reihen. Also hier in diesem Bereich was passieren kann. Es kann direkt ein Folge Match kommen. Wir bringen die auch nach hier oben ein bisschen näher ran. Mit den gelben würden wir den blauen hier hinbringen. Den grünen hier hin. Dann hätten wir hier auch noch ein zweites blaues Match für Ah ne haben wir nicht weil wir nutzen ja den hier. Dann müssten wir den nutzen. Wenn ich aber das hier mache kann auch hier unten was blaues kommen. Ich würde halt ungerne in Coolavo rein. Coolavo ist der letzte in den ich reinspielen wollen würde weil der kann mir halt echt Probleme machen dass ich dann halt nichts mehr zünden kann. was man natürlich auch probieren könnte ist hier hier roten das was er vorschlägt und ist der blaue hier. Was passiert dann? Was bringt uns dieses Match wenn wir das jetzt machen? Der blaue ist hier. Gut ich könnte danach gelb spielen was dann hier im blau geht. Das ginge. Weil es hat auch wieder schon viel Bewegung. Was bringt uns das noch? Hier kann ein grüner kommen. Hätten wir ein grünes Match. Hier kann grüner kommen. Haben wir direkt ein Match. Wenn hier der grüne kommt können wir runterziehen. Wenn ich das mache ja wenn ich das mache und dann das mache dann ist der aber hier völlig blank dann kann ich den auch machen dann sonst der ist ja sonst verloren was weiß ich mache das jetzt so okay so und dann holen wir uns das jetzt alles mal ein bisschen nach oben okay sehr gut schön ja das war jetzt ein bisschen too much aber ist okay wir hauen himeros raus okay so jetzt spielen wir das hier ich hoffe ja es ist noch in Ordnung du bist nervig aber ich gehe auf die auf die Seite die ist gefährlich und ich habe auch grün drunter ausgewichen drecksau und tschüss sie heilt jetzt und macht mich blind das ist egal ich habe meine blauen hier ich werde tatsächlich auch das so spielen und nicht die vier ghosten weil ich habe jetzt hier nochmal vier machen das jetzt so und so ghosten jetzt hier die grün und dann nehmen wir jetzt hier mal das elementare gedöns runter und feuern drauf tja man sieht die teams funktionieren an sich schon asg also wenn ich hier nicht mit rot spiele dann weiß ich auch nicht rot wenn möglich keine minion sondern minion zerstörer wo die minion zerstörer brauche ich nur für arco wenn ich rot nehme und ihn womöglich direkt kille brauche ich keine minion zerstörer mehr ja kommt nicht rum wir spielen rot krampus nicht wir könnten ich spiele mit rot und wieder mit toxikandra und mionie das war eigentlich ganz geil hat mir sehr viel spaß gemacht so ich gebe ihr die truppe du kriegst wieder die truppe ok ich habe jetzt keinen minion zerstörer aber glaube den brauche ich auch nicht wenn ich ein bisschen rot kriege dann ist arco tot höchst wahrscheinlich also entweder sieben rote dann ist arco tot oder ich spiele halt vorher schon den arco rein und er ist tot ja das ist schon mal ganz gut werden wir jetzt hier das vierer match und jetzt machen wir uns noch einen dreier match das war nicht geplant das match war so geplant dass der hier bleibt und wir die dann rüber ziehen das war der eigentliche hinter gedanke aber gut gelaufen kümmern uns um die seite hier die Frage ist jetzt die könnte ich auch in Ruhe lassen rein theoretisch da müsste ich jetzt mit Kestrel nicht drauf feuern das Problem ist wenn ich jetzt die grünen spiele die ich als nächstes plane zu spielen dann ist sie womöglich geladen löst dann aus und verstärkt das Leben und ich habe es hier vergeigt also hauen wir die raus ich wusste es ich wusste es sie ist sie ist noch nicht mal voll sie ist nicht normalerweise heißt es ja immer die lösen dann aus wenn sie wenig Leben haben aber das stimmt ja gar nicht die löst ja auch so aus immer wenn es unpassend ist und als ob ich es geahnt hätte ich lerne jetzt nicht mehr jetzt nicht warum jetzt nicht warum macht sie jetzt nichts cool was da wie ist da machen wir so wenn Ross auslösen möchte da darf sie noch gerne aber okay schön einigermaßen noch versöhnlicher abschluss war gut wir haben jetzt vor 30 minuten auch noch gewonnen das heißt wir festigen unser c weiterhin läuft platz 260 da werden wir noch deutlich runter rutschen rutschen komisch komisch ist alter naja vorlinand ja den kriegst du auch nicht weg ne okay sehr gut oh wir haben vier sachen ah ich hab äh ich hab bei der letzten runde keinen kämpfer gemacht also ich musste einen pvp machen mit drei kämpfern drin oder sowas den hab ich nicht gemacht den wollte ich machen aber dann hab ich ähm was anderes gemacht und hab es vergessen und dann ist abgelaufen ärgerlich aber naja das machen wir dann auch noch ja da kriegen wir auch noch ein paar punkte bei dem habe ich auch was gestern nicht gemacht das aber jetzt die vorherigen täglichen dass ein raid ohne legendären hält ne lass mal also mono ist schon mein meine meine schmerzensgrenze die mach ich auch wenn die letzten mono raids mich echt was gekostet ich hab ich hab ein bild bei uns reingeschickt mono blau war das ja glaube ich gestern naja mono blau ich hab den raid gestartet ein blauer stein sang und klanglos untergegangen ja äh naja gut was haben wir hier drin haben wir hier irgendwas schönes nein der letzte ballon den ich hatte den habe ich recycelt der ist wieder weg ne hier ist mein drache hab ja gesagt das angebot für 4,99 hole ich ähm ja sonst ach so das ist das hier alles ja naja mhm 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 oh 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 morgen ist neuer monat muss ja mit dem dem finanzchef reden vielleicht kann ich das vorziehen ja okay jetzt sind das auch schon die gleichen gleichen Aufmachungen ne ah je was das ja hm ne ne magier will ich aussetzen ich hab ich hab die Kristalle ausgesetzt die Äther Kristalle obwohl ich eigentlich da beschweren wollte also eigentlich am Anfang des Monats war mein Plan Äther Kristalle und magier und was ist jetzt magier und Äther Kristalle mach ich nix also sieh doch mal wie schön meine Pläne immer aufgehen das was halt alles äh weggeräumt hat war halt Sonne Sonnenwende ne ich dachte es wäre halt nur ein normales Event und nicht wie so ein Black Friday Portal da hab ich mich äh verkalkuliert gebe ich ehrlich zu das hatte ich nicht so am Schirm so hier Gratisdinger abholen ne das hab ich schon gemacht jo das ist alles fertig Zauberturm läuft gut dann sind wir durch ok Freunde dann vielen Dank fürs Zuschauen euch viel Glück beim letzten Turniertag beim Magier Turm und bei allem anderen wenn ihr hier irgendwas verrücktes machen solltet macht's gut wir sehen uns ciao ciao und bei allem anderen